So, du bist ein Händler. Kaufen. Äh, Quatsch, Kram. Oh, Angebot. Bernsteinstab. Erdring. Bernsteinstiefel. Weste. Ich wollte aber auch gar nicht, ich wollte Gegenstände verkaufen. Beziehungsweise, erstmal gucken, Waffen verschmelzen, kriegen wir da irgendwas hin? Hier, die beiden Schirme zum Beispiel. Den Schirm. Mit dem Schirm. Ja. So, sonst noch irgendwas. Haarband und Haarband. Aber wir trägt gerade gar keiner von uns ein Haarband. Bernsteinweste mit der Bernsteinweste. Machen wir das auch mal. Jupp. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwas bringt, was ich mache. Erdring mit den Erdringen. Ähm. Von uns. Wobei, dann kriegen wir da diese, diese blaue. Machen wir das lieber mal mit ihr zusammen, dann kriegen wir da wirklich diese Fähigkeit. Sonst noch was? Bern, ah hier, Bernsteinstiefel. Attack, ja. Ja. So. Ist schon plus zwei, aber immer noch versiegelt. Wie entsiegel ich die Sachen? Waffenversch... Achso, habe ich gerade gemacht. So aus. Wie zum Teufel entsegele ich diese blöden Waffen. Ich hab da echt keine Ahnung. Scheiße. Warte. Sperre? Was meinen die mit Sperre? Keine Ahnung. Gut, was können wir denn noch so verkaufen an? Da können wir mal einfach alles. Hier, wir verkaufen sogar ihren geliebten Schirm. Na, das ist fies. So sehr brauchen wir auch nicht das Geld, dass wir ihren geliebten Schirm verkaufen. Die Haarebänder sind auch alle schlechter. Weg. Rüstung haben wir nichts Rüstung. Und auch weg. So. Dann haben wir jetzt auch wieder alles verkauft. Waren Kau hatte glaube ich nichts. Nichts tolles. Ne. Okay. Aber wir haben verkauft. Das ist ja auch schon mal was. Nicht wirklich. Weil die traurige Musik gerade im Hintergrund und alle. Oha, die machen aber hier damage. Ich bin jetzt mal dran gewöhnt, dass ich hier gegen bin. Was ist denn hier eigentlich? Schwäche? Wind. Ich glaube nichts Windiges. Ich bin jetzt mal dran gewöhnt, aber wir sind auch keine Pushovers. Mir gefällt die Musik einfach. Erstmal, die Musik ist geil, aber auch total bedruckend. Ich höre Kampfgeräusche. Ich habe Angst. Schnell speichern. Ja. 對不起. FINAL . Du warst ziemlich stark. Aber wir sind nicht... Nicht in der Mund. Oh, 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 oh. Ow, 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 ow. So far back. Just come on here. Wie sieht es lebenstechnisch aus? Passt. Also gegen den Echsenmenschen. Schwäche, Wasser. Dann könnte ich ja McLeo rufen, oder? Was bringt diese Bubbles ein? Ah, diese Musik, die macht mich so fertig. Ah, ein Dodo. Gedingsel. Okay, das ist voll ein Dodo. Ich muss den Dodo jetzt angreifen. We're here to purify you. We're here to purify you. Ja, dann machen wir doch ganz einfach hier. Be on alert for the Ab-Sneak jump attacks. Even though it can't fly. So. So. Machen wir jetzt ein Feuer hier gegen. Machen wir jetzt ein Feuer hier gegen. Wie sieht das auch alles wunderbar. Machen wir jetzt ein Feuer hier gegen. Aha. Abgeballert. Gut gemacht. Kalipsbeste, neue Kampfaktion, oh neue Kampfaktion. Das ist glaube ich, diese Musik, die macht mich hier gerade echt fertig, macht mich voll traurig. Wiederbelebung, Armatisierung, wenn du tödlichen Schaden erleidest, kannst du ein einziges Mal, achso, 25, ne hab ich nicht, Mist. Na gut, aber das muss man sich mal merken. Apfelgummi, kann man wieder brauchen. Heiliger Trank, beim Brennung tauchen, achso, genau. Haben wir von hier zufällig, da ist das, da ist das Lager. Okay. Gegen all meinen Willen müssen wir jetzt leider trotzdem zum Kampf geschehen. Es geht soweit gut? Ja, passt. Ich speichere noch schnell was. Wir müssen, dass wir die Team von Lukas auf dem Kopf sehen können. Ja, der Krieg niemals bemerkt wird, Sarray. Der Flanker der Flank war eine Verkaufung. Geh, zurück, um die Hauptgruppe zu retten. Geh, während es noch Zeit gibt. Was? Hm. All this killing, it's pointless. The air is overflowing with people's anger and hatred. That's why it feels hard to breathe. Battlefields are the cauldrons where malevolence is brewed. There! Going? You bet. I'm counting on you guys. Don't worry, I'll go easy on you. I don't want to fight against people. That's not my task. Come on move! Get out of my way! classroomarao! This is force and attack, and you're at good talk. Stand up. How am I? You ready to strike? Down. Here it comes. Aim and fire. Here it comes. Ich bin voll konzentriert gerade und total gerinnert. Ich bin nicht selber wütend. Und wie viele müssen seine Kämpfe verdammt? Irgendwer. Ich glaube ich jetzt zu Ende. Ich hätte einen Bogen. Was zur Hölle? Was hat mich verletzt! Ein M-monster! Was passiert hier? Der Shepherd! Der Shepherd! Steppe auf! Archer! Das kann sein! Wirklich weiter! Der Shepherd! Was ist der Shepherd? Der Shepherd! Wir gehen! Oh! Ja! Was ist das? Die Menschen sind auf ihre Seite! Run! Run! Ich bin wirklich glücklich, dass du sicher bist. Siree, sie werden irgendwann mal verstehen. Das stimmt. Danke. Selbst wenn es nur ein Schmerz auf der Seite ist. Will ich grüße? Nein. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Fall back! Retreat! Das stimmt. Das stimmt. Noch nicht. Wir müssen immer noch die Hellen, die hier gegründet wurden. Siree. Ich glaube, ich werde dir mit dir nur noch einmal. Danke, Miklia. Was ist das? Zu welchem Preis? Verdammte Kriege, Alter. ganz ehrlich. Ja, ein Helion. Mann. Böde Sau. Ich will dich nicht. Ich mag die, Mann. Ich will den anderen. Na gut, das war... Puff. Ich will nicht mit dir reden. Möchtet das. Wir haben einen Rockweater. Alle, okay? Levelaufstieg. Was ist das deprimierend gerade? Jetzt müssen wir noch die ganzen Helions besiegen, weil hier so viel Bösheit entstanden ist durch diesen unnötigen blöden Krieg. Das ist doch alles scheiße. Das wäre, das ist das. Was ist das? Ich werde auf den Feuer Signor finden? Ja, ich werde auf den Boden tun. Ich werde auf den Boden. Zettel! Wie ist das? Ich werde auf den Studiosen. Spideebel! Wann werde ich schwitzen? Ja, ich werde auf den Und Spieler. Ich werde auf den Hurs. Ich werde auf den Fda. Es ist voll. Jetzt steht? Sie sind einfach. Ich werde auf den Böden. Dieser Fda. Wir werden auf den Eil. Fertig, wenn ich... Es ist vorbei! Vorwärtschern! Nice job, Nickelio! You've been slacking off. Focus, guys! Tigerblade! I will spide in! Es ist vorbei! Ready? No escape! Solid bust! Ready? How's this? Recommend! Yeah! Stop! Rinko! Rinko! I will fight him off! Huh! Tigerblade! We're done to kill him as a Greti Kettin! Greti Kettin! Greti Kettin! Depressive!